Willkommen zum Epoch Times Podcast Nr. 732 mit dem Thema Bundestag will epidemische Notlage bis 30. September verlängern. Der Bundestag will noch in diesem Monat die wegen der Corona-Pandemie verhängte epidemische Notlage bis zum 30. September verlängern. Die im April eingeführte sogenannte Bundesnotbremse soll aber am 30. Juni auslaufen. Darauf hätten sich die Koalitionsfraktionen verständigt, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag in Berlin. Angestrebt werde, die epidemische Notlage erst dann auslaufen zu lassen, wenn auch die Corona-Pandemie auslaufe. Bei der epidemischen Notlage und der Bundesnotbremse handelt es sich um zwei unterschiedliche gesetzliche Instrumente zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die erstmals im März 2020 vom Bundestag festgestellte epidemische Notlage von nationaler Tragweite ermöglichte es dem Bundesgesundheitsministerium und anderen Regierungsstellen weitreichende Verordnungen in der Corona-Krise zu erlassen. Die derzeitige Regelung würde am 30. Juni auslaufen, wenn sie nicht verlängert wird. Nach Dobrindts Angaben hängen derzeit rund 20 Verordnungen direkt von der festgestellten Notlage ab, etwa Verordnungen zu Testangeboten und zur Unterstützung von Eltern im Falle pandemiebedingter Kita- und Schulschließungen. Der Wunsch, diese Verordnungen zunächst beizubehalten, sei einer der Gründe für die geplante Verlängerung der Notlage. Die erst im April eingeführte Bundesnotbremse sieht hingegen vor, dass der Bund einheitliche Corona-Schutzmaßnahmen in Gebieten mit hohen Inzidenzwerten durchsetzen kann. Derart hoher Inzidenzen werden derzeit allerdings nicht mehr verzeichnet. Deswegen soll die Notbremsenregelung nicht über den Juni hinaus verlängert werden. Laut Dobrindt ist noch völlig unklar, ob die epidemische Notlage nach dem nun anvisierten Enddatum, 30. September, noch einmal verlängert werden soll. Der Bundestag könnte am 7. September über diese Frage entscheiden, dann kommt er zu seiner einzigen geplanten Plenarsitzung zwischen der Sommerpause und der Bundestagswahl zusammen. Und hier eine Buchempfehlung von Epoch Times. Krankheiten wie Covid-19, Katastrophen und seltsame Naturereignisse machen den Menschen aufmerksam. Etwas läuft schief. Es läuft tatsächlich etwas sehr schief. Die Gesellschaft folgt, verblendet vom Gespenst des Kommunismus, einem gefährlichen Weg. Es ist der Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen, zwischen dem Göttlichen und dem Teuflischen, die in jedem Menschen wohnen. Dieses Buch schafft Klarheit über die verworrenen Geheimnisse der Gezeiten der Geschichte, die Masken und Formen, die das Böse anwendet, um unsere Welt zu manipulieren. Und es zeigt einen Ausweg. Chinas Griff nach der Weltherrschaft wird im 18. Kapitel des Buches »Wie der Teufel die Welt beherrscht« analysiert. Jetzt bestellen! Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Onlineshop. »Wie der Teufel die Welt beherrscht« untersucht auf insgesamt 1.008 Seiten »Historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten« aus einer neuen Perspektive. Die Autoren analysieren, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat. »Gewundenes Buch« »Alle drei Bände für 50,50 Euro, kostenloser Versand innerhalb Deutschlands. Hörbuch und E-Book um 43 Euro. Weitere Bestellmöglichkeiten bei Amazon.de oder shop.epochtimes.de sowie E-Mail unter »bücher-at-epoch-times.de« Das Hörbuch gibt es zudem auf allen gängigen Streaming-Plattformen zum Download, wie iTunes, Google Play sowie Audible etc.